Aufgrund der Corona-Krise sind Fitnesscenter nach wie vor geschlossen. Die Shredded Twins aus Dreiskirchen haben für dieses Problem eine moderne Lösung gefunden. Wie genau die aussieht, sehen Sie im folgenden Beitrag. Outdoor-Gyms sind nicht nur wegen Corona stark im Trend. Die Kombination aus Sport und frischer Luft ist immer mehr gefragt. Nachweislich ist Bewegung an der frischen Luft und ein effektives Outdoor-Workout nicht einfach nur ein neuer Fitnesstrend, sondern manchmal auch die beste Medizin bei vielerlei Beschwerden. Auch deshalb haben sich die Shredded Twins Christoph und Alexander Friedl dazu entschlossen, ein solches Interesskirchen zu errichten. Wir wollten es eigentlich schon länger machen, weil so Outdoor-Gyms recht cool sind, vor allem im Sommer. Aber weil in Österreich die Sommer recht kurz sind, haben wir es nie umgesetzt. Und jetzt durch den Lockdowns haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Direkt neben ihrem Ultimate-Fitness-Club befindet sich das Outdoor-Gyms der Friedl-Zwillinge. Wie genau funktioniert das Ganze denn? Wir haben es extra so aufgebaut, die Geräte, dass sie genügend Mindestabstand haben von zwei Metern, die Sitze, wenn die Leute trainieren, dass genug Abstand da ist. Und sie müssen sich per App anmelden und wir haben es extra so limitiert, dass nur eine gewisse Anzahl der Leute trainieren darf und sich einbuchen kann gleichzeitig, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig trainieren können. Und in die App einbuchen kann man sich auch nur mit einer aktiven Mitgliedschaft, das heißt, es kann jetzt nicht irgendjemand herkommen. Wie funktioniert das Ganze denn, wenn die Leute sich hier anmelden möchten? Wie genau können sie sich anmelden und beginnen hier zu trainieren? Jetzt zur Zeit, weil wir nur vor Ort sind von 10 bis 16 Uhr unter der Woche, kann man eben vorbeikommen, aber halt nicht so lange. Aber man kann natürlich sich auch über die Website anmelden. Also wir haben jetzt extra eine neue Website gemacht, damit die Leute auch online sich anmelden können. Dann kriegen sie gleich direkt die App und können sich gleich direkt auch einbuchen. Das heißt, man kann sich eigentlich 24-7 über die Website anmelden und dann auch gleich trainieren gehen. Die Mitglieder freuen sich natürlich über diese neue Möglichkeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Weil die Leute wollten ja schon längst wieder trainieren gehen, haben auch schon viele Anfragen gekriegt, ob es nicht irgendwie möglich ist, drinnen zu trainieren. Ich habe gesagt, leider geht nicht, weil es gibt auch Strafen, wenn man das Betriebsverbot besachtet. Aber draußen im Freien ist Sport erlaubt und waren alle sehr happy. Auf zwölf robusten Geräten haben die Kunden die Möglichkeit, ihre Körper zu stehlen und die Muskeln zu trainieren. Eigentlich ist für den gesamten Körper was dabei. Also wir haben für die Beine, Oberkörper, Rücken, eigentlich alles. Ich glaube, es kommen jetzt demnächst, Mitte März, noch zwei weitere Geräte dazu. Also wir haben eigentlich alle Geräte, die der Hersteller anbietet, für draußen. Wie wichtig glaubt ihr, ist denn Fitness gerade in Zeiten dieser Corona-Krise? Ja, generell sehr wichtig. Also generell ist Fitness ja immer wichtig, finde ich. Aber in der Zeit, um sein Immunsystem stark zu halten, ist meiner Meinung nach noch wichtiger. Deswegen finde ich sogar sehr schade, warum man die Fitnessstudios zusperrt. Aber so haben wir wenigstens einen Workaround geschaffen, dass die Leute sich trotzdem ein bisschen fit halten können. Woher kommt denn eure Leidenschaft hier zum Sport? Unsere Leidenschaft zum Sport ist eigentlich schon seit der Kindheit. Wir waren immer sehr sportlich, waren auch Turnen als Kinder, haben dann Sportwissenschaften studiert. Und sind jetzt auch aktiv Wettkampfbodybuilder. Und sind auch seit 2018 irgendwie Profis. Wie sieht es denn aus, wenn die Corona-Krise vorüber ist? Wird dieses Outdoor Gym weiterhin existieren? Ja, wird auf jeden Fall weiter existieren. Also wie gesagt, wir denken, dass es generell für den Sommer sowieso eine gute Idee ist. Wir haben natürlich auch sehr viele Crossfitter und Kurse wie Zirkeltraining. Und die machen im Sommer eh sehr viel draußen und da bietet sich das auch perfekt an.